Was wäre für dich das Schlimmste? Sinnlos zu sterben. Und das Beste? Sinnvoll. Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. Hier kommt von uns, die Propheten von unseren Rechten. Es ist ein Pozocho de Bonn! Pozo! Wer seid ihr genau? Willst du wissen, wer wir sind? Wir sind das neue Europa. What happened to you? She survived by the attack. Oh my god. Es ist alles so traurig. Nicht mehr so glücklich. Die Mama ist tot! Sie ist tot, ja? Hör auf! Ich werde nie wieder auf damit, Papa! Ich werde nie wieder auf, Mama! Nie wieder! Wir haben etwas, das überall in Europa gehört wird. Das wird die Finale. We are declaring war on you. Wollen wir Schafe sein? Wollen wir Wölfe sein?